Guten Abend von meiner Seite auch. Ich bin Marien Heink, ich bin Historikerin und freue mich sehr, heute Abend die Moderation übernehmen zu dürfen, weil wir uns ja einem ganz spannenden Thema heute Abend widmen, die Kommunalin von Paris, von Antje Schrupp, ein spannender Vortrag. Kurz nochmal zum Ablauf. Der Vortrag wird ungefähr 25 Minuten bis 30 Minuten dauern und danach haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Zeit für Fragen, die ihr an die Referentin stellen könnt. Ich würde euch dann bitten, dass ihr die Fragen entweder in den Chat schreibt oder euch per Handzeichen meldet, aber dazu können wir später noch was sagen. Antje ist auch sehr multitaskingfähig. Sie hat gesagt, wenn zwischendurch Fragen kommen während des Vortrags, könnt ihr die auch gerne in den Chat schreiben. Sie versucht dann direkt darauf einzugehen. Ansonsten könnt ihr aber auch gerne an Nils, Salva oder mich Fragen im Privatschat schreiben. Dann versuchen wir die auf jeden Fall stark einzubeziehen. Genau, das noch auch zu dem letzten technischen Ablauf und dann freue ich mich jetzt ganz kurz, zwei, drei einleitende Worte zu sagen und vor allem dann unsere Referentin vorzustellen. Wir haben ja in diesem Jahr sehr, sehr viele Veranstaltungen, die die Pariser Kommune ehren. Das liegt natürlich daran, dass wir in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum der Kommune haben, die vom 18. März bis zum 28. Mai 1971 für 72 Tage bestanden hat. Und das ist natürlich gerade für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und andere linke Gruppen, die diesen Tag ehren, ein sehr wichtiger Tag, das eben zum einen ein Meilenstein ist für linke Kämpfe. Es gab eine Alternative, eine Erste Arbeiterrepublik, aber zugleich ist die Kommune und ihre Niederschlagung eben auch ein Sinnbild staatlicher Repression. Und was dort genau die Frauen für eine Rolle gespielt haben, dazu sagt uns Antje natürlich nachher noch mehr. Aber ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass eben auch gerade dieses Datum, der 18. März, an das in diesem Jahr eben immer wieder erinnert wird, natürlich auch von anderer Seite stärker erinnert wird, beziehungsweise eben am linken Spektrum. Der 18. März gilt als Tag der politischen Gefangenen seit 1996 und das ist eben dieses Jahr dann auch ein 25-jähriges Jubiläum, haben eben die Rote Hilfe und auch Libertat nochmal dazu aufgerufen, diesen Tag stärker als Solidaritätstag für politische Gefangene zu wählen, eben auf Grundlage der Ereignisse in Paris. Schon in den 20er Jahren gab es eben den Anstoß, den 18. März als Tag der politischen Gefangenen zu begehen. Aber das wurde durch die Nationalsozialisten natürlich zerschlagen. Wie sich dann die Kommune entwickelt hat eben in diesen 72 Jahren und welche Rolle Frauen dort gespielt haben, wie groß der Wunsch nach einer gleichgeschlechtlichen, beziehungsweise gleichberechtigten Gesellschaft war, dazu wird Antje uns gleich einige Dinge erzählen und deswegen möchte ich euch jetzt gerne unsere Expertin Antje Schrupp vorstellen. Antje hat Theologie, Politologie und Philosophie studiert. Sie ist Journalistin und arbeitet für verschiedene Zeitschriften, unter anderem ist sie angestellt, vor allem bei der Zeitschrift der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach. Antje hat auch zahlreiche Bücher publiziert. Die drei letzten möchte ich gerne kurz vorstellen. Das ist zum einen im Jahr 2019 das Buch Schwanger werden können, Essay über Körper, Geschlecht und Politik. Sie hat im Jahr 2016 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Vote for Victoria, Das wilde Leben von Amerikas erster Präsidentschaftskandidatin Victoria Woodhull und 2015 die kleine Geschichte des Feminismus im euroamerikanischen Kontext. Und hier wird schon deutlich, dass Antje Schrupp eben eine Expertin ist für Themen, die ganz klar sich der Frauen- und Geschlechtergeschichte, aber auch dem weiblichen Körper widmen, aber eben ganz klar auch über den deutschsprachigen, über den nationalen Raum hinaus, sondern eben Europa und andere Länder stark in den Blick nimmt. Frauenbewegung, Reproduktion, Sorgearbeit, das sind alles Themen, denen sich Antje gewidmet hat, weibliche Spiritualität, aber auch Wirtschaftsethik und eben das Christentum. Was wichtig ist, finde ich an dieser Stelle, ist immer, dass Antje auch sehr, sehr aktiv ist in Social Media. Sie hat einen Blog, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den kann ich sehr empfehlen. Da stellt sie dann Bücher vor, die sie gelesen hat, das ist ganz spannend. Und natürlich auch Twitter, da können wir also Antje folgen. Genau, aber neben dieser großen Expertise, die ich jetzt vorgestellt habe, gibt es natürlich einen konkreten oder mehrere konkrete Gründe, warum Antje heute Abend vor allem hier ist, als Referentin eben zum Thema die Kommunalin von Paris. Und zwar ist schon 1999 ihr Buch erschienen, Nicht-Marxistin und auch nicht-Anarchistin, Frauen in der ersten Internationale im Ulrike-Helmer-Verlag. Das ist die publizierte Doktorarbeit, die sie geschrieben hat in Frankfurt an Fachgesellschaftswissenschaften. Und da hat sie eben schon deutlich gemacht, dass in der ersten Internationalen auch Frauen natürlich eine große Rolle gespielt haben. Sie hat sich angeschaut, wie Feminismus und Sozialismus schon versucht wurde zu verbinden. Und da war eben auch die Pariser Kommune natürlich ein relevanter Teil. Zudem hat Antje auch in den letzten Jahren immer wieder zur Kommune publiziert, auch zum 140-jährigen Jubiläum, zum Beispiel im Jahr 2011. Also sie ist immer wieder konstant an diesem Thema dran. Und auch in diesem Jahr zum 150-jährigen Jubiläum zum Glück in ganz vielen verschiedenen Kontexten immer wieder zu hören, auch eben zum Thema der Frauen. Es gibt einen spannenden Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo sie interviewt wurde, aber eben auch in verschiedenen Blog-Beiträgen und anderen Interviews. Und das möchte ich noch zu guter Letzt erwähnen, hat auch Antje in ihrem YouTube-Channel im Januar schon ein Video hochgeladen, wo es auch nochmal um die Rolle der Frauen in der Pariser Kommune gibt. Also das wäre vielleicht nochmal eine schöne Ergänzung für alle, die heute nicht genug hören. Genau, aber soviel erstmal zu unserer Referentin. Ich freue mich sehr, dass sie uns heute Abend einige Protagonistinnen der Kommunen vorstellen wird und wir dann im Anschluss daran noch ausgiebig mit ihr ins Gespräch kommen können. Von daher gebe ich jetzt das Wort an dich, Antje, und freue mich sehr auf den Abend. Ja, super, vielen Dank. Danke für die Einladung und danke für die nette Vorstellung. Und ich, genau, du hast ja gesagt, warum ich mich ein bisschen auskenne mit der Pariser Kommune. Du hast auch das Datum meiner Publikation dazu genannt, 1999. Es ist also schon ein bisschen her und es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht in den vergangenen 20 Jahren immer wieder über die Kommune beschäftigt habe. Und über die Frage, warum ich eigentlich mit dieser ollen Kamelle immer noch so gefragt bin, da können wir uns ja vielleicht dann nachher noch drüber unterhalten. Ich würde mir nämlich eigentlich gewünscht haben, dass inzwischen schon zehn andere Leute auch über die Pariser Kommune und die Frauen in der Kommune publiziert hätten. Interessant, dass es nicht der Fall ist. Aber ich steige mal gleich direkt ein und falte meinen Bildschirm frei. Wo geht das? Hier. Hier, Bildschirm teilen. So. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt alles sehen und das ist jetzt sichtbar, ne? Ja, danke. Super. Ich fange mit diesem Zitat an, das mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das ein Kommentar, dass ein Journalist der New York Times über die Pariser Kommune, die ja ein weltgeschichtliches Ereignis war, über das überall berichtet wurde, geschrieben hat. Und zwar, wenn die französische Nation nur aus Frauen bestünde, was wäre das für eine schreckliche Nation? Und die New York Times ist eine konservative Zeitung und natürlich hat er das negativ gemeint. Also die schreckliche, wie schrecklich die Kommune ist, kann man daran sehen, dass da so viele schrecklich viele Frauen, schrecklich viele schreckliche Frauen teilgenommen haben. Interessant aber ist, dass dieses Zitat aus der New York Times überliefert ist, in dem Buch von Prosper Lisegare, einem Kommunaden, der einige Jahre nach der Kommune die Geschichte der Kommune von 1871 veröffentlicht hat und dieses Zitat darin zitiert, aber mit der natürlich genau entgegengesetzten Botschaft, die er damit verbindet, nämlich schaut, wie toll die Kommune gewesen ist, dass da auch so viele Frauen mitgemacht haben. Was will ich damit sagen? Ich will damit darauf hinweisen, dass diese Frage, die Kommunardinnen von Paris und was war eigentlich mit den Frauen der Kommune, keine ist, die wir von heute aus sozusagen anachronistisch an die Kommune herantragen, sondern dass die Rolle von Kommunardinnen und von Frauen in der Kommune schon damals diskutiert wurde und auch umstritten beantwortet wurde. Die Frauen der Kommune waren sozusagen von Anfang an ein Mythos und zwar mehr als in anderen Revolutionen. Warum? Es liegt nicht daran, um das vorwegzunehmen, dass die Kommune eine geschlechteregalitäre Veranstaltung gewesen wäre. Die Kommune war eine Männerrevolution, so wie alle Revolutionen des 19. Jahrhunderts Männerrevolutionen war. Frauen haben eine marginale Rolle gespielt, zahlenmäßig, das kann man auch ablesen anhand der Zahlen der Verurteilten hinterher. Es waren zwar viele Frauen in der Kommune dabei, aber natürlich nicht annähernd egalitär. Die Kommune hatte auch nicht, wie es sich in den 1970er Jahren mal innerhalb der Linken behauptet wurde, nicht das Wahlrecht gehabt in der Kommune. Also eine Zeitlang stand bis noch vor einigen Jahren in der englischen und in der deutschen Wikipedia, die Kommune hätte das Frauenwahlrecht eingeführt. Das war nicht so. Und auch sonst gibt es durchaus ambivalente Schlussfolgerungen. Da können wir nachher sicher auch noch drüber reden, über die Dekrete der Kommune und wie sie aus feministischer Sicht zu beurteilen wären. Aber das vorausgeschickt stimmt es gleichwohl, dass die Kommune wahrscheinlich ohne die Frauen nicht in dieser Weise stattgefunden hätte und dass außergewöhnlich viele Frauen an der Kommune beteiligt waren, relativ gesehen eben zu den anderen Revolutionen, zum Beispiel vorher oder nachher. Und zwar gibt es dafür zwei Gründe, zwei Hauptgründe. Es gibt ja für alles immer viele Gründe, aber es gibt zwei Hauptgründe, warum die Frauen in der Kommune eine größere Rolle spielten als sonst in dieser Zeit im 19. Jahrhundert. Und der eine Grund ist, dass die Kommune stattfand, nachdem Paris schon mehrere Monate lang belagert gewesen war. Das bedeutet, es gab massive Versorgungsengpässe in der Bevölkerung, was Brennstoff, Nahrungsmittel und so weiter betraf. Und es gab keine Trennung der Sphären von Privatem und Politischem, wie es in Nicht-Belagerungs- oder Nicht-Kriegszeiten vor allen Dingen in Frankreich der Fall war. Also die Familien und das Alltagsleben war bereits politisiert und die Frauen waren schon sehr wichtig darin. Die hatten nicht nur, weil sie praktisch die Alltagsversorgung der Menschen sicherstellten, sondern auch, weil in dieser Situation es natürlich wichtig war, dass die Frauen gesagt haben, okay, wir kapitulieren nicht, wir beenden diesen Zustand nicht durch eine Kapitulation, sondern wir stehen hinter der Kommune. Hätten die Frauen sich nicht mehrheitlich hinter die Kommune gestellt, hätte sie wahrscheinlich nicht stattfinden können. Und vielleicht wisst ihr auch, dass es auch vor allen Dingen Frauen ganz konkret waren, die am 18. März den Abtransport der Kanonen von Montmartre verzögert haben, sodass die Nationalgarde überhaupt kommen konnte und damit dieser Aufstand überhaupt stattgefunden hat. Aber das ist der eine Grund. Es gab aber noch einen anderen Grund, der vielleicht sogar noch wichtiger war. Und das ist der, dass in Frankreich in den 1860er Jahren, also unmittelbar vor der Kommune, eine sehr rege Diskussion über die Frauenfrage stattgefunden hat. Das heißt, es gab in Frankreich, also das, was wir so heute die Ideologie der getrennten Sphären nennen, also die in der Philosophie, wonach Frauen und Männer prinzipiell getrennte Betätigungsfelder haben und die Männer den Bereich des Öffentlichen bestimmen, während die Frauen ihr Wirkungsfeld in der Familie und im Privatbereich haben und diese Sphären, diese getrennten Sphären auch für unterschiedlichen Geschlechtsstereotypen zugeordnet werden müssen von Natur aus oder qua göttlichem Schöpferwillen. Diese Gesellschaftsideologie, sage ich mal, ist in Frankreich sehr viel stärker gewesen als in anderen europäischen Ländern. Diese französische, intellektuelle, bürgerliche wie sozialistische haben diese Ideologie der getrennten Sphären massiv vertreten nach der französischen Revolution. Ich meine, das liegt daran, dass die Gleichheit, die ja mit der französischen Revolution als ideal proklamiert wurde, eben natürlich unmittelbar die Frage hervorruft, und was ist mit den Frauen? Und diese Frage wurde beantwortet mit, na, die Frauen sind nicht gleich und das brauchte ja eine Begründung. Und diese Begründung hat eben vor allen Dingen in Frankreich zu dieser Elaboration über die getrennten Sphären geführt und dagegen wiederum hat sich in den 50er Jahren massiver feministischer Widerstand gegründet. Das heißt, dass Frauen, Intellektuelle, haben massenweise Bücher publiziert über diese Querelle des Femmes. Und eine der wichtigsten, die dann auch eine wichtige Rolle in der Kommune spielen wird, ist André Léo. Sie kommt auch vom Land, heißt eigentlich, hieß nicht André Léo, sondern Léodil Berat. Und André Léo ist ihr Pseudonym nach den Vornamen ihrer Söhne. Sie hat 1853 Zwillinge geboren, André und Léo. Das heißt, ihr Mann ist 1863 gestorben. Das heißt, sie war verwidmet, alleinerziehend mit zwei Kindern, die dann während der Kommune so 16 waren. Und sie hat den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder verdient mit Schriftstellerei. Ich finde das immer ganz lustig, weil wir denken immer, ich verdiene ja mein Geld auch mit feministischer Schriftstellerei. Und man denkt immer, das wäre ein Phänomen von heute. Aber tatsächlich, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, vollzieht sich der Feminismus immer in Wellen. Mal ist er in, mal ist er out. Und immer, wenn er gerade in ist, können auch Frauen durch das Schreiben über Feminismus oder von feministischen Texten durchaus davon leben. Und André Léo hat das mit Bravour gemacht. Sie hat viele Romane geschrieben mit emanzipatorischen Inhalten, aber auch theoretische Texte, journalistische Texte. Und ihr Hauptwerk, das 1869 erschienen ist, also kurz vor der Pariser Kommune, war La Femme die Frau und die Sitten. Und in diesem Buch stellt sie die Forderung auf, dass Frauen nicht mehr länger in ihrer Eigenschaft als Familienfrauen, also als Mütter und Ehefrauen betrachtet werden dürfen, sondern als Individuen eigenständige politische Subjekte sind. Und dass daran sich die Frage, wie der Untertitel des Buches ja heißt, Liberté ou Monarchie, also Freiheit oder Monarchie, daran festmacht, ob Frauen als Individuen politische Subjekte sind. Und damit legt sie sich an, sowohl mit den vielen bürgerlichen, republikanischen Leuten, als auch mit Sozialisten, vor allen Dingen mit Pierre-Joseph Proudhon, der ja als Mentor der französischen Internationale in den ersten Jahren sehr wichtig war zu der Zeit. Und Proudhon war ja ein massiver Antifeminist, also sehr viel radikaler als der durchschnittliche Antifeminist in diesen Jahren. Und deswegen hat man auch diese Bewegung, diese feministische Bewegung zu dieser Zeit, die haben sich auch als Antiprotonistinnen verstanden, weil das war eine unmittelbare Reaktion auf ein Buch von Proudhon, das 1858 erschienen ist. Das war so eine Initialzündung. Und André Liou war eine der maßgeblichen Personen, die eben diese antiprotonistische Frauenbewegung gebildet haben, aber nicht die einzige natürlich. Hier sehen wir ein Bild mit auch späteren Kommunardinnen, Marie Ferré und Louis-Michel und Paul Mink von links nach rechts. Und die haben zusammen mit André Liou 1866 die Société pour la revondication des droits des femmes, also die Gesellschaft zur Wiedererlangung der Rechte der Frauen, gegründet mit genau diesem politischen Inhalt, also zu lobbyieren und zu Überzeugungsarbeit zu leisten dafür, dass Frauen individuell als politische Subjekte gelten. Denn nur dann sei die Demokratie eine wirkliche Demokratie. Das sei eben eine uneingelöste Forderung noch der französischen Revolution. Zu dieser Gruppe gehörten auch Männer, zum Beispiel Elie Reclu, der vielleicht manchen was sagt, der ältere Bruder von Elisée Reclu, der ja ein bekannter Anarchist war zu der Zeit und seine Frau Noémie Reclu. Aber es gehörten auch bürgerliche Leute wie Maria de Resen und Leon Recher, die sehr bekannte FrauenrechtlerInnen in der Zeit waren. Es war also eine sozialistisch-liberale, männlich-weibliche Vereinigung, die sich da eben gebildet hat und publiziert hat und Veranstaltungen gemacht hat und so weiter. Und was dazu kam, das, was das Thema dann noch einmal befeuert hat, war die Tatsache, dass 1868 in Frankreich das Koalitionsverbot aufgehoben wurde. Das heißt, es durften wieder Versammlungen stattfinden. Und das hat dazu geführt, dass eben, hier sehen wir so eine Zeichnung oft in Kirchen oder in anderen Hallen große politische Diskussionsveranstaltungen waren, bei denen auch sehr vehement die Frauenfrage immer wieder ein Thema war, ein wichtiges Thema. Und wir sehen links, dass eben auch Frauen maßgeblich Reden gehalten haben. Es gibt eine von Paul Mink zum Beispiel, eine Broschüre. Und was bei diesen Versammlungen diskutiert worden ist, ist ziemlich genau überliefert. Und zwar deshalb, weil das Koalitionsverbot immer noch bestand. Also es durften keine politischen Themen diskutiert werden, sondern nur soziale Themen bei diesen Veranstaltungen. Und deswegen waren da immer Polizeispitzel dabei, die mitprotokolliert haben, was die einzelnen Leute gesagt haben. Und diese handschriftlichen Protokolle der Veranstaltungen liegen immer noch in Pappkartons in der Bibliothek National. Und ich habe die tatsächlich durchgeguckt danach, was da über die Frauenfrage diskutiert wurde. Und das ist eben super interessant. Einmal, weil man, also für meine Diss hat mich das halt interessiert, weil viele Mitglieder der Internationale dort auch eben aufgetreten sind und man einfach weiß, was deren Meinung war, die sonst ja nicht unbedingt publiziert war. Aber vor allen Dingen, weil man auch sieht, wie wichtig die Frauenfrage war und wie häufig die diskutiert wurde und Thema war. Und wie viele hunderte oder tausende Leute sich daran beteiligt haben. Also die haben auch immer, diese Polizeispitzel haben auch immer mitgeschrieben, wie viele Leute da waren. Und auch immer oft eine Schätzung abgegeben, wie viele Frauen, wie viele Männer. Und es waren oft so ein Viertel bis ein Drittel Frauen nach der Schätzung dieser Polizeispitzel dort und haben sich zu Wort gemeldet auch. Also das heißt, die Frauenfrage war extrem virulent. Und das war eben einer dieser, einer der Kanäle, die dann zu feministischem Engagement in der Kommune geführt haben, weil eben diese, diese Société oder die Frauen aus dieser Gesellschaft für zur Wiedererlangung der Rechte der Frauen fast geschlossen rübergewechselt sind in das Wachsamkeitskomitee, Widerstandskomitee Montmartre, das ja dann sehr bekannt wurde und in der Kommune eine der Frauenkomitees, der wichtigen Frauenkomitees waren. Also Louise Michelle kennt man ja, Paul Mink, André Leo, Noemi Recluse, die waren da alle drin dann. Und weil, also das war sozusagen eine feministische Organisation, die sich dann, die dann direkt in die Agitation der Kommune einfließen konnte. Interessanterweise haben, hat sich auch diese Gesellschaft gespalten über die Frage, ob man die Kommune unterstützt oder nicht. Eine Minderheit der eher bürgerlichen und nicht sozialistischen Mitglieder sind, haben sich gegen die Kommune gestellt und haben Paris verlassen. Also es gab auch innerhalb der, dieser Frauenbewegung dann eine Uneinigkeit und eine Spaltung über die Frage, wie man sich jetzt zur Kommune stellt. Das ist der eine Strang und die eine wichtige, eine Gruppe wichtiger Leute. Und dann gab es noch einen anderen Strang feministischen Engagements in der Kommune und dafür steht diese Frau, Elisabeth Dimitrieff, eine Russin, die im Unterschied zu den Französinnen, die ich vorgestellt habe, noch sehr jung war. Also zur Erinnerung, André Leo war während der Kommune 46, Louis Michel war 40, Paul Mink war Mitte 30, also schon gestandene Feministin mit langjährigem Engagement im Hintergrund. Elisabeth Dimitrieff war während der Kommune gerade mal 20, also noch extrem jung. Sie war russische Aristokratin, die zu der Gruppe der Nihilisten oder russischen Revolutionäre gehörte, die eine ganz andere Herangehensweise an die Geschlechterfrage hatte, nämlich im Sinn davon, dass sie dachten, sie haben das für sich in ihren revolutionären Kreisen sozusagen schon abgeschafft. Frauen und Männer sind gleich. Das hat sich auch daran gezeichnet, dass Russinnen sich männlich gekleidet haben. Es gibt so Klischees von den Russinnen, die dann in Zürich in der Zeit studiert haben. In der Schweiz waren Frauen damals schon zum Medizinstudium zugelassen und viele Russinnen sind dann in die Schweiz gegangen und haben da halt Aufsehen erregt, weil sie Hosen trugen und geraucht haben und so weiter. Elisabeth Dimitrieff ist aber so ein bisschen abgebogen, denn sie hatte keinen, sie hat es, viele von denen sind aus Russland ausgereist, indem sie auf Schein-Ehen eingegangen sind, weil alleinstehende Frauen bekamen keinen Pass, aber mit so einem, die haben dann Genossen geheiratet, sind ausgereist. Aber anders als die anderen hat Elisabeth Dimitrieff dann nicht studiert, sondern ist in die Internationale eingetreten, ist politisch aktiv geworden, ist dann nach London gefahren, weil sie Karl Marx kennenlernen wollte und war da im Generalrat der Internationale auch einige Monate aktiv. Also ich stelle sie mir immer so vor, dass sie halt einfach immer da sein wollte, wo die Action ist. Sie einzuschätzen ist so ein bisschen schwierig, weil sie im Unterschied zu den anderen keine Texte hinterlassen hat. Von ihr gibt es nur zwei Briefe und das, was andere über sie erzählen. Das heißt, es ist nicht so leicht herauszufinden, was sie denn eigentlich selber wollte. Es gibt ein paar Zeitungsartikel und Aufrufe später dann aus der Kommune, aber es ist so ein bisschen immer Spekulation dabei. Aber sie war eben in London, als die Kommune ausgerufen wurde und ist dann sofort nach Paris gefahren und hat dann dort, ja, hier habe ich noch ein Foto von Karl Marx und seiner Tochter Jenny, mit der sie sich angefreundet hatte und sie hat auch dann, was in den Briefen klar wird, nicht verstanden, warum die und andere nicht auch nach Paris gefahren sind, sondern in London geblieben sind und so von der Ferne, vom Schreibtisch aus kluge Sachen über die Kommune geschrieben haben, anstatt so dahin zu fahren, wo jetzt was los ist und sich selber erstens ein Bild zu verschaffen und zweitens eben auch mit sich dafür einzusetzen. Das hat sie halt aber sofort gemacht und sie ist dann bekannt geworden als die Gründerin der Union des Femmes oder die Hauptverantwortliche für die Union des Femmes, die die größte Frauenorganisation der Kommune war. Die Union des Femmes hatte, ist im Prinzip, manche sagen auch, sie war praktisch die weibliche Abteilung der ersten Internationale, aber es war vor allen Dingen eine Organisation, die es ermöglicht hat, Frauen zu sortieren oder zu ermöglichen, dass sie die Kommune unterstützen, sei es als Krankenschwestern, als Marketenderinnen, als Näherinnen, als Betreiberinnen von Genossenschaften, von Volksküchen und so weiter, also alltagspraktische Dinge. Die Union des Femmes hat dann auch organisiert, das wisst ihr wahrscheinlich, dass ja viele Unternehmer die Stadt verlassen haben und dann Werkstätten ohne Eigentümer zurückgeblieben sind und die Union des Femmes hat die Werkstätten, wo hauptsächlich Frauen gearbeitet haben, dann in ihre Kontrolle übernommen und hat dann Arbeiterinnen eingestellt, zugeordnet und auch gegenüber der Kommune eine gewisse Lobbyarbeit für die Arbeiterinnen gemacht, also mit der Kommune verhandelt über Löhne, über Preise, exklusive Abnahme zum Beispiel von Näharbeiten für die Nationalgarde, nur aus Genossenschaften, die unter der Hoheit der Union des Femmes waren und so weiter, also die eine tatkräftige Organisation zum sicherstellen, dass sowohl die Frauen die Kommune unterstützen, dass aber auch die Kommune die Frauen unterstützt und ihnen hilft, also so eine Art, ja. Und man kann natürlich fragen, wie kann eine 20-jährige Russin, die überhaupt im April erst nach Paris kommt, auf einmal die Leiterin der größten Frauenorganisation der Kommune werden. Auf den zweiten Blick ist es nicht mehr so krass. Sie hat natürlich, es gab natürlich Vorarbeiten. Hier sehen wir Eugène Wallin und Nathalie Lemell. Nathalie Lemell war eine Buchbinderin und aber auch in der Genossenschaftsbewegung aktiv. Genossenschaften und Kooperativen waren eine sehr wesentliche Organisationsform der französischen Arbeiterinnenbewegung, einfach deshalb, weil eben im monarchistischen Frankreich politische Vereinigungen verboten waren, aber soziale erlaubt, also Genossenschaften und Kooperativen waren erlaubt, politische Parteien eben nicht. Aber das hatte eben auch ganz praktische Gründe, weil es natürlich gut ist, sich selbst zu organisieren, Krankenkassen zu gründen, Volksküchen und dergleichen. Und da gab es eben schon Vorarbeiten und Strukturen, die die Union des Femmes dann übernehmen konnte. Und Nathalie Lemell ist sozusagen die zweite wichtige Figur gewesen. Und Eugène Wallin ist auch interessant für diejenigen, die sich vielleicht für die Internationale interessieren, weil er war ein wichtiger Vertreter der französischen Sektion, aber ein, im Unterschied zu den anderen profeministischer. Und es gibt zum Beispiel auf den ersten Kongressen der Internationale, da war auch die Frauenfrage jeweils ein über Tage erregt diskutiertes Thema. Und das lief dann meistens so ab, dass die Franzosen ganz schrecklich antifeministische Anträge gestellt haben, wie zum Beispiel, dass die Internationale sich gegen Frauenerwerbsarbeit aussprechen soll und so weiter. Und dann gab es immer eine französische Minderheitenposition, die dann das Gegenteil vertreten haben. Und das war dann Eugène Wallin und Benoit Malin, der kommt auch gleich noch. Und es ist interessant, dass in den unmittelbar vor der Kommune die, sagen wir mal, die antifeministische Internationale ausgetauscht wurden gegen eine profeministische. Und die sind dann auch eben hier in der Kommune dann aktiv gewesen. Und darauf konnte sich Elisabeth Dimitrieff natürlich beziehen. Aber sie hatte noch mehr Anhaltspunkte, nämlich diese beiden. Rechts ist Sofia Kowalewski. Das war eine ihrer Jugendfreundinnen, die sie schon aus Russland kannte, also ihre wichtigste Freundin in Russland. Wir kennen die später, weil sie eine berühmte Mathematikerin wurde, die auch in Heidelberg studiert hat. Also Sofia Kowalewski ist sozusagen als eine der ersten weiblichen Mathematikerinnen später weltberühmt geworden. Damals war sie aber eben erst mal nur die Freundin von Elisabeth Dimitrieff. Und sie hatte eine acht Jahre ältere Schwester. Das ist links Anna. Also die hießen Korwin Krokowska ja eigentlich als Kinder. Kowalewski ist ihr Ehename. Und Anna heiratete Viktor Jacques-Lar. Viktor Jacques-Lar war ein wichtiger Befehlshaber der Nationalgarde in Paris. Und sie war eben acht Jahre älter und war wahrscheinlich diejenige, die schon in Russland sowohl Elisabeth als auch Sofia politisiert hat, weil sie, weiß ich, zu Hause in St. Petersburg einen politischen revolutionären Salon betrieben hat, wo die Jüngeren dann eben wahrscheinlich einfach in Kontakt mit revolutionären linken Ideen gekommen sind. Und Anna Jacques-Lar war eben auch in, war schon in Paris, zusammen mit ihrem Mann eben. Und sie war auch im Widerstandskomitee Montmartre sehr aktiv. Und sie hat zum Beispiel zusammen mit André Leo eine eigene Kommune-Zeitung herausgegeben, La Sociale. Das heißt, es gab da Beziehungen. Interessanterweise aber nicht nur harmonische. Denn zum Beispiel ist Anna Jacques-Lar genauso wie André Leo nicht in die Union des Femmes eingetreten. Und es gibt Hinweise darauf, dass es durchaus auch ideologische Uneinigkeiten zwischen den verschiedenen Frauengruppen gegeben hat. Aber es ist zu wenig Material da, um das zu erforschen, beziehungsweise müsste man vielleicht einfach nochmal genauer darüber forschen, wenn einen das interessieren würde. Aber es ist sozusagen, auch damals gab es schon Uneinigkeiten über den richtigen feministischen Weg, sag ich mal. Ich glaube, es war am ehesten so, dass Elisabeth Dimitriya eher linientreu war, wenn man so will. Also feministische Themen oder eigentlich alles dafür geben wollte, dass die Kommune überlebt und alle anderen Themen sozusagen als eher zweitrangig eingeschätzt hat, während die Französinnen, vor allen Dingen André Leo, eben auch sehr darauf bestanden haben, dass erstens die Frauenfrage kein Nebenwiderspruch ist. Also sie war immer der Meinung, dass der Zweck die Mittel nicht heiligt und dass jede Revolution schon in ihrem Verfahren die moralischen Ansprüche einlösen muss, die sie an eine zukünftige Gesellschaft stellt. Genau. Und hier ist eben rechts unten nochmal Benoit Malon. Das zeigt auch nochmal so bestimmte Verbindungen, weil Benoit Malon war eben Bürgermeister im, ich glaube, 12. oder 13. Arrondissement und auch ein wichtiger Kommunade. Und der hatte ein Jahr vorher Elisabeth Dimitriya in Genf kennengelernt und er war gleichzeitig zu der Zeit der Liebhaber von André Leo. Also da gibt es sozusagen auf dieser Ebene der persönlichen Beziehungen und Verflechtungen noch, das ist einfach interessant, man könnte vielleicht auch mal eine Soap-Opera darüber drehen und diese einzelnen Beziehungen und Diskussionen irgendwie nachweisen. Links ist noch Leo Franke, ein marxistischer Internationalist eben und wahrscheinlich auch von Marx schon auf Elisabeth Dimitriya hingewiesen worden, weil er der Handelsminister sozusagen, also der Zuständige für Arbeit und Handel der Kommune war, so eine Art Minister. Und mit ihm hat Elisabeth Dimitriya eben diese Arbeitsbedingungen der Union des Femmes ausgehandelt. Ja und dann gab es halt noch den noch einen, also neben diesen intellektuellen und den eher organisatorischen Aspekten auch noch den kämpferischen Aspekt. Louise Michel finde ich immer ganz interessant, weil sie eigentlich heute, wenn man so über Frauen in der Kommune redet, fallen allen Leuten fällt dann immer zuerst Louise Michel ein und meist auch als einzige, weil sie hinterher eben eine bekannte Anarchistin wurde und auch durch ihre Memoiren über die Kommune darüber publiziert hat. Allerdings hat sie sich eigentlich erst durch die Kommune politisiert, also in sozialistischer Hinsicht zumindest vorher, weil sie war schon vorher Feministin und Lehrerin, hat während der Kommune vor allen Dingen an den Kämpfen teilgenommen. In ihren Memoiren schreibt sie, dass sie in den ganzen 72 Tagen überhaupt nur zwei Nachmittage in Paris selbst war und ansonsten immer nur auf den Schlachtfeldern. Das heißt, sie weiß eigentlich am wenigsten, was in Paris los war zur Zeit der Kommune, weil sie selber nicht in Paris war. Und Anarchistin geworden ist sie erst nachher. Von daher ist es ganz lustig, dass sie, dass diejenige, die sozusagen am wenigsten die Kommune feministisch selbst geprägt hat, hinterher diejenige wurde, die am meisten als Frauen in der Kommune bekannt geworden ist. Womit ich natürlich ihre Bedeutung keineswegs schmälern will. Ich komme auch gleich nochmal drauf, sie zurück. Aber bevor ich zum Ende komme, noch kurz, wie es ausgegangen ist. Ihr wisst, die Kommune wurde niedergeschlagen. Es gab auch eine Frauenbarrikade, die bis sehr lange gehalten hat. Die Barrikade auf der Place Blanche. Hier seht ihr eine Gedenkmarke, zum Beispiel der DDR, zum 100. Jubiläum der Kommune, die auch den Frauen auf der Barrikade der Place Blanche gewidmet ist. Wir haben dann hinterher die bürgerlichen Propaganda gegen die Frauen in der Kommune, die als Petroleuse verunglempft und diffamiert wurden, also als Brandstifterinnen. Hier sehen wir so einige Bilder, wie sozusagen diese Propaganda gegen diese unweibliche Art von Frauen sich da betätigt zu haben, die sozusagen als das Gegenteil der weiblichen Bestimmungen, als fürsorgende Mütter, als die zerstörerischen Brandstifterinnen waren. Und das ist durch diese Art ja fast schon hexenartige Darstellung halt massiv propagiert worden im Anschluss an die Kommune. Das hier finde ich noch ein sehr interessantes Bild. Das sind gefangene Kommunardinnen in Versailles vor ihrem, vor den Prozessen also man sieht, es waren durchaus viele, wenn auch eben ein Fünftel, ein Zehntel bis ein Zwanzigstel Frauen waren unter den Verurteilten. Aber man sieht hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie groß der Bildschirm ist, vorne die zweite von rechts ist Louise Michel mit den verschränkten Armen und dem weißen Rock. Genau. Und man sieht hier vorne links sitzend auch noch eine andere Frau in Nationalgarden-Uniform. Genau. Und die meisten Frauen, den meisten Frauen, von denen ich gesprochen habe, gelang die Flucht. Also sowohl André Leo und Elisabeth Dimitrieff sind beide in die in die Schweiz, konnten sie fliehen. Elisabeth Dimitrieff konnte das auch, weil in ihrem Pass Tomanovskaya stand, so wie ihr Ehename war. Dimitrieff ist bei ihr auch ein Pseudonym gewesen. Das ist der Mädchenname ihrer Großmutter gewesen und auch André Leo hat ja einen anderen Passnamen gehabt als das Pseudonym. Paul Mink war sowieso nicht in Paris, weil die zu einer Vortragsreise aufgebrochen war, um die Landbevölkerung und um die anderen Städte zu agitieren, um die Kommune zu unterstützen. Wie viele Frauen wurden verurteilt? Ich kann das nachher nachschauen. Ich weiß das nicht auswendig. Und viele wurden halt auch deportiert nach Neukaledonien und dabei waren eben Louise Michel und Nathalie Lemel. Und es ist interessant, weil eben Louise Michel immer so als die Gallionsfigur der Pariser Kommune genannt wird. Das sind zwei Zitate aus ihren Memoiren, wie sie schildert, dass sie wegen der Erfahrungen der Kommune zur Anarchistin wurde. Denn, so ihre Schlussfolgerung, wenn eine Macht etwas ausrichten könnte, dann wäre es die Kommune gewesen. Diese Verbindung von intelligenten, mutigen und unglaublich ehrenhaften Männern, die allesamt, ob erst seit kurzem oder seit langem schon, unbestreitbare Beweise ihrer Aufopferung und ihrer Tatkraft geliefert hatten. Sie wurden von der Macht zerbrochen, die ihnen nichts anderes mehr ließ, als den unumstößlichen Mut, sich zu opfern und sie starben als Helden. Denn die Macht ist verflucht und das ist der Grund, warum ich Anarchistin bin. Und eine andere Passage, wo sie das, diese zwischen zwei Wetterfronten, als sie sich nicht allzu schlecht fühlte, teilte ich Madame Lemel, also auf der Schifffahrt nach Neukaledonien, teilte ich Madame Lemel meine Einsicht mit, dass welcher Mensch auch immer an die Macht käme, er niemals etwas anderes tun könnte, als Verbrechen zu begehen, wenn er schwach oder ein Egoist wäre oder vernichtet zu werden, wenn er aufopfernd und energisch handelte. Sie antwortete mir, das denke ich auch. Ich vertraute der Rechtschaffenheit ihres Geistes sehr und ihre Zustimmung erfüllte mich mit großer Freude. Das heißt, da könnte man eben nochmal drüber reden, weil das ist ja auch von heute aus gesehen interessant. Was sind eigentlich die Lehren aus der Kommune? Und diese Einschätzung von Lies Michel, dass man, dass die Macht ja entweder eben, entweder man wird selber korrumpiert oder aber man verliert und ist hinterher tot. Das finde ich schon, wenn man auch sieht, wie die Revolutionsgeschichten weitergegangen sind, ja fast schon prophetisch bis heute. Denn mir fällt bis heute kein Beispiel ein, wo eine Revolution mit Macht stattgefunden hätte, sodass sie sowohl erfolgreich war, als auch nicht korrumpiert wurde. Aber das ist vielleicht auch das Thema, was wir nachher diskutieren können. Hier kommt jetzt gerade eine interessante Information noch über den Chat zu dem Foto, was ich gezeigt habe, dass das Foto aus den Porträts zusammengestellt wurde. Ach guck, das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie interessant. Ich hoffe, ihr könnt alle den Chat lesen. Genau, ich bin auch am Ende meines Vortrags. Das ist das letzte Bild, womit ich nur zeigen möchte, dass inzwischen es auch eine Erinnerungskultur in Paris gibt für die Frauen. Das sind so ein paar Straßennamen eben von, für Elisabeth Dimitrieff, Nathalie Le Mell und der Squares Louis Michel und natürlich die Place Planche, die ja auch eine bekannte U-Bahn-Station an Pigalle ist. Gut, soweit. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion.